Bleiben wir nochmal beim Werbefehl, ich habe jetzt hier also die ganze Tabelle gefiltert, normal ausgegeben und jetzt filtern wir nochmal Vorname gleich Elke und das waren zwei Namen. Ich kann aber auch hergehen und diese zwei Namen auszählen lassen, also dass sie zweimal vorkommen. Dazu klicke ich hier auf das Sternchen, dann erscheint die Aggregatsfunktion und habe die Möglichkeit die Auswahl zu zählen. Was ich da dann zähle, ist eigentlich in dem Fall egal, wobei wenn ich jetzt schon nach Vornamen filtre, dann wähle ich natürlich hier oben auch den Vornamen aus, Vorname gleich Elke, wie oft kommt er vor. Es müsste also jetzt die Zahl 2 ausgegeben werden und genau das tut es auch. Dann schauen wir uns das mit dem Geburtsdatum nochmal an und zwar hat man da den Operator Between, das heißt hier müssen wir nochmal eingeben 2014. Erster, erster, wobei erst im Juni die ganzen Geburtstage sind, also es hätte auch der Mai gereicht, also 2014, siebter und erster. Schauen wir mal was hier kommt. Hier müssen wir natürlich umstellen auf Geburtsdatum und das sind dann insgesamt 6 Geburtstage. Schauen wir mal, wenn wir das hier weg machen und sagen nochmal Sternchen, dann können wir uns die nochmal anschauen. Genau, es sind 6 Stück und wenn ich jetzt also hier hergehe, Aggregatfunktion Count, ich zähle nach dem Geburtsdatum, der zwischen dem 01.01.14 und 01.07.14 stattfindet, dann sind es 6 Datensätze und die werden dann auch entsprechend ausgegeben. Jetzt kann ich auch den höchsten und den niedrigsten Geburtstag ausgeben, das heißt ich kann hier wieder draufklicken, Aggregat Minimum, das ist dann der kleinste Geburtstag. Schauen wir mal, Geburtstag, das ist hier praktisch der kleinste Wert und der größte Wert, Max, Geburtstag, ist dann praktisch der erste siebte. Okay.